Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Montag, oder ich spiele für Montag gerade und ich spiele Mech Arena. Ich werde Wettbewerb spielen. Wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund halt ein paar Geräusche sind. Dann starte ich mal die Runde. Es ist viel Spaß. Okay, die erste Runde geht los. Ich spiele als erstes mit ihnen hier. Aber ich habe ja eine Quest mit 5 Epik Piloten zu spielen. Und ich habe nur eine in meinen Hangar drin, deswegen müsste ich 5 einzelne Strecken spielen. Einzelne Strecken. Einzelne Kämpfe. Okay, den haben wir schon mal. Den nicht. Okay. Okay. Das war's. Schön, 1.0 schwimmt, innen geht's weiter, dann gehen wir da oben rauf und werden dann ganz einfach als von oben abschießen. Jawoll! Jawoll! Supi, ja, 2. Kill! 3. Kill! Da will ich gleich springen. Ah, so wenig Schaden gemacht. Ja, der hat richtig gesessen. Und, 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 jetzt aber. Jawoll! Und der ist auch weg. Eine sehr schöne Position hier mit den Landzieher. Oh, ja, ja. Sieg! Die erste Hunde war schon sehr gut. Oh, ich der beste Spieler. Der beste Mech. Ich habe keine Goldmitteilung. Nur ein, kein Assis. Assis habe ich nur. Ne, gut. Nochmal. Bewertung. Ganze Quest die ich fertig habe. Beste Spieler. Schön. Dann geht es mal weiter. Nächste Runde. Viel Spaß. Die nächste Runde geht los. Und, ich werde wieder zuerst mit dem Slimshot starten. Wie gesagt, das ist der einzigste mit meinen, mit einem epischen Piloten in meinem Hangar. Bisschen kommt, als er das Slimshot hat. Gehen? Ja. Warte! 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 Ich werde jetzt gleich mal wieder. Warte! Warte, das bin. Warte, du. Ja. Warte! aber ich habe keinen assistent gekriegt dafür mensch ist das ärgerlich ich glaube nicht dass du gut bist ich habe mit ihm hier noch nicht gespielt ja weil das war die sache gut wieder gut verloren die erste runde verloren es ist gut zweites blut ich möchte zweiter blut was ist denn hier ich kann nicht mehr lenken ok diesmal nicht mein lieber diesmal nicht da einmal daneben geschossen da oben 8x8 ok so ist auch dauernd billig angewendet ein billiger angewendet 1x1 ok dann kommt jetzt äh äh hier dran 1x1 2x1 1x1 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 2x2 1x1 1x1 2x1 1x1 1x1 2x1 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 b 3x1 Ah. Nein. Okay. Zubi. 12, 12. Und. Nein. Unentschieden. So knapp. Schade, schade. Wie ist die Bewertung? Reicht dann. Okay, gut. Leider nichts. Kein Sieg, aber auch keine Niederlage. Okay. Dann geht es jetzt weiter in der letzten Runde. Viel Spaß. Und die nächste, die dritte Runde, die letzte Runde. Wir werden als erstes wieder mit den K-Shot, äh K-Shot, K-Shot starten. Und danach... High-K-Shot. Ne, ist auch eine Slim-Shot, ne? ... ... ... ... ... ... Na gut, dann nehmen wir jetzt mal ihn hier wieder. So 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 so. So so so. So 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 wie ich ihn hier nehme, bleibe ich da oben wieder einnisten. Okay. 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 Okay.